Dankeschön! Wofür wir hier stehen? Es ist nicht nur ein Thema, das Deutschland betrifft, sondern wir haben gehört, es betrifft die ganze Welt. Aber es ist auch ein ganz, ganz, ganz lokales Thema. Und deshalb bin ich jetzt zwei Experten auf die Bühne. Und zwar ein ganz lokaler Experten, Rudolf Bühner. Selber Biobauer, Gründer und Vorsitzender der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwedisch Hall. Hallo Rudolf, herzlich willkommen! Ich freue mich, dass wir zum vierten Mal hier zusammenkommen. Und obwohl unsere Zusammenkunft adaktiert wird von industrienahen Verbänden, ich nenne einen Funktionär namens Ruckwied, der gemeint hat, wir würden Gülle ausschütten über die Bauern. Muss ich sagen, das ist nicht der Fall. Wir sind hier im Schulterschluss mit den Naturschützern, mit den Tierschützern, mit den Umweltschützern. Wir kämpfen für eine bäuerliche Landwirtschaft. Wir kämpfen für unsere Rechte als Bauern. Und eigentlich möchte ich mich dafür entschuldigen, weil dieser Funktionär vertritt nichts. Uns Bauern, er vertritt die Interessen der Industrie. Aber das geht nicht ganz klein. Und ganz klein. Wir sind hier! Wir sind da. Und wir sind da.